Der Stadtteil Griesenbruch wird nach einem besonderen Neuordnungsplan wieder aufgebaut. 9000 Menschen werden hier künftig an breiten und durchgrünten Straßen in sonnenhellen Häusern wohnen. Viele Eigenheime und Wohnhäuser, wie hier in Weidmar, entstanden in anderen Stadtteilen. In den verschiedenen Bautypen zeigt sich die neue Art des Wohnungsbaus. Bewusst wurden die Siedlungen in die naturnahe Stadtlandschaft gesetzt. In der MSA-Siedlung wurden allein 383 Wohnhäuser bezogen. Im Jahre 1953 wurden 19.260 Wohnräume für 22.500 Personen gebaut. Das sind 58% Räume mehr als im Jahre 1952.